Was muss ich tun, um ein gutes Leben zu führen und um zu Gott zu kommen? Fragte damals jemand. Darauf Jesus, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie einfach es scheint, ein gutes Leben zu führen, in dem man auch zu Gott kommen kann. Nämlich einfach wahrhaftig lieben, Gott, dich und mich selbst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!